Liebe Bürgerinnen und Bürger, in den letzten Monaten war wieder richtig was los in Mainburg und wir konnten viele Veranstaltungen genießen. Angefangen vom Stadtstrand im Juni ging es im Juli weiter mit dem Open Air in Empfenbach, mit dem Altstadtfest in Mainburg und dem 24-Stunden-Schwimmen im Freibad. Die Resonanz und Stimmung waren riesig. Trotz der tropisch heißen Temperaturen war auch der Besuch am Hopfenfest nicht gar so schlecht. Einzig der Besuch im Festzelt war aber sehr überschaubar. Positives kann ich von unseren Baustellen und Planungen berichten. Seit Anfang August ist die B301 im Süden der Stadt Mainburg wieder befahrbar und dieser Sanierungsabschnitt ist abgeschlossen. Einzig die beiden Ampeln beim McDonalds und am nördlichen Auffahrtsast zur Stadtstraße 2049 haben noch Lieferverzögerung und werden anschließend montiert und in Betrieb genommen. Ich möchte aber eins betonen, weil es immer wieder Kritik gegeben hat. Die Baustelle, übrigens im Verantwortungsbereich des staatlichen Bauamts Landshut, ist voll im Zeitplan abgewickelt worden und das Bauamt der Stadt Mainburg hat tagtäglich die Betreuung der Baustelle übernommen, damit die Einschränkungen so gering wie möglich ausfallen. Mir ist sehr wohl bewusst, dass es bei einer dermaßen stark befahrenen Durchgangsstraße häufig zu Einschränkungen kommt. Unser Ansinnen war es aber immer, dass unsere Gewerbetreibenden bis auf wenige Tage stets anfahrbar waren. Zudem haben wir frühzeitig und umfangreich über die Einschränkungen und Maßnahmen informiert, damit sich jeder auf die Beeinträchtigungen einstellen konnte. Leider gab und gibt es zahlreiche rücksichtslose Verkehrsteilnehmer, die sämtliche Beschilderungen bewusst missachteten und so für Chaos im abgesperrten Wohngebiet sorgten oder absichtlich gegen die vorübergehende Einbahnstraße fuhren. Ich hoffe, dass im nächsten Sanierungsabschnitt, der von der Aral-Tankstelle bis zur Bahnhofskreuzung geht, im Frühjahr 2024 beginnt und etwa drei bis vier Monate dauert, die ausgeschilderte Umfahrung genutzt wird, um ein erneutes Chaos zu vermeiden. Ich bitte deshalb jetzt schon um Rücksicht und Geduld. Dieser Abschnitt wird dann in Vollsperrung abgewickelt, damit die Arbeiten zügig abgeschlossen werden können. Dabei wird im Bereich der Barthallen eine Linksabbiegespur errichtet. Aktuell ist auch noch in der Prüfung, ob im Bereich des Lidl-Marktes eine Querungshilfe entstehen kann. Auch hier bleiben alle Gewerbetreibenden trotz Vollsperrung anfahrbar. Die Umleitung wird weiterhin über die Ingolstädter Straße erfolgen. Ebenfalls Positives gibt es von der Generalsanierung der Mittelschulturnhalle zu berichten. Der erste Planungsentwurf liegt vor und die Anregungen der Vereine und nichtschulischen Nutzer wurden dabei mit eingearbeitet. Damit soll gewährleistet sein, dass sowohl der Schulsport als auch der Vereinssport zukünftig modernste Bedingungen vorfinden. Geplant ist, dass im Herbst 2023 der Förderantrag für diese Dreifachturnhalle gestellt werden kann, die dann einen neuen Eingangsbereich im Osten bekommt, eine zweite Tribüne im Süden und die Dachflächen mit Photovoltaik und Gründach versehen werden. Auch beim Thema Gewerbegebietsausweisungen steht eine Entwicklung bevor. Der Stadtrat hat den Aufstellungsbeschluss gefasst, dass das bestehende Gewerbegebiet in Wambach erweitert werden soll. Dort soll westlich und nördlich der Firma Bayernfass jeweils eine Fläche von ca. 8 Hektar, vor allem für unsere heimischen Betriebe, mit eigener Zufahrt von der B301 entstehen. Damit kann auch die Verkehrssituation im bereits vorhandenen Gebiet entspannt werden. Neues gibt es auch von der Grund- und Förderschule in Sandelshausen zu berichten. Nach einem persönlichen Termin bei Kultusminister Piazolo konnte ich erreichen, dass ein erneuter Abstimmungstermin bei der Regierung von Niederbayern stattfand. Dabei wurde eine Möglichkeit in Aussicht gestellt, wie die katholische Jugendfürsorge und die Stadt Mainburg zusammen als Bauherrengemeinschaft ein gemeinsames Schulgebäude errichten, das auch förderfähig ist. Zwei Hauptaspekte müssen dabei aber berücksichtigt werden. Zum einen müssen die beiden Schulen im Fall der Fälle auch unabhängig voneinander betrieben werden können. Zum anderen müssen die Planungsleistungen nochmals neu vergeben werden, was zeitliche und finanzielle Folgen hat. Trotz der weiterhin hohen Herausforderungen hat der Stadtrat den Beschluss gefasst, das gemeinsame Projekt weiter zu forcieren, aber immer mit der Maßgabe, keine finanziellen Risiken einzugehen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es stehen aber aktuell auch große Herausforderungen, vor allem bei der Kinderbetreuung an, die dringend angepackt werden müssen. So hat uns die Betreuungssituation in den Kindertageseinrichtungen vor einigen Wochen regelrecht überrannt und vor fast unlösbare Aufgaben gestellt. Dadurch, dass ein privater Träger wegen Personalmangel im neuen Kindergartenjahr eine Gruppe nicht mehr anbieten kann, immer mehr Eltern die Notwendigkeit haben, ihre Kinder betreuen zu lassen und Kinder von zugezogenen Eltern nun auch einen Betreuungsanspruch haben und diesen auch nutzen wollen, ist die Stadt Mainburg gezwungen, kurzfristig Übergangslösungen für die Betreuung zu schaffen. Im Krippenbereich ist es uns gelungen, eine Großtagespflege einzurichten, die zumindest zwölf zusätzliche Kinder betreuen kann. Start wird voraussichtlich im Oktober sein. Im Bereich der Kindergärten ist eine ganz schnelle Lösung leider nicht möglich. Von mir geplant war, am Gabes zwischen Grundschule und den bestehenden Kindertageseinrichtungen eine viergruppige Interimskindertagesstätte in Modulbauweise zu errichten, um den Bedarf decken zu können. Idealerweise wäre der Start Ende des Jahres möglich gewesen. Dieser Standort hätte den Vorteil gehabt, dass er schnell verfügbar gewesen wäre und vor allem bei zukünftig anstehenden Sanierungsmaßnahmen von Kindergarten, Grundschule bzw. dem Bau der Ganztagesbetreuung eine Ausweichmöglichkeit gewesen wäre. Dieser Standort wurde aber von der Mehrheit des Stadtrates abgelehnt und stattdessen ein Standort westlich des Friedhofs vorgeschlagen. Nun soll dort diese Interimslösung entstehen, mit anschließendem Neubau einer dauerhaften viergruppigen Kindertageseinrichtung. Zeitlich wird diese Interimslösung sicherlich nur mit Verzug umgesetzt werden können, weil rechtlich vorab erst ein Bauleitplanverfahren gestartet werden muss. Ich gehe davon aus, dass ein Start der Interimslösung westlich des Friedhofs frühestens im Frühjahr passieren wird, wenn alles glatt läuft. Ich muss deshalb die wartenden Eltern um noch mehr Geduld bitten. Eine weitere Baustelle, im wahrsten Sinne des Wortes, hat sich überraschend beim ehemaligen AOK-Gebäude ergeben, in der die Mittags- und Nachmittagsbetreuung der über 60 Kinder der Grundschule seit Jahren untergebracht ist. Aufgrund eines Wasserschadens Mitte Juni ist nun der Großteil des Gebäudes nicht mehr nutzbar. Eine Trocknung ist nicht möglich, sodass vermutlich ein kompletter Rückbau des Gebäudes notwendig ist. Auch für diese Kinder müssen wir nun zum neuen Schuljahr eine passende Bleibe in Schulnähe finden und herrichten, weil es eine Pflichtaufgabe der Kommune ist. Ein vorübergehendes Ausweichen auf die Stadthalle muss zumindest in Betracht gezogen werden. Apropos Stadthalle. Am 8. Oktober findet ja mit der Landtags- und Bezirkstagswahl der Bürgerentscheid zum zukünftigen Standort der Stadthalle statt. Dabei muss man eins wissen. Rechtlich muss die abzustimmende Frage des Bürgerentscheids mit Ja oder Nein beantwortbar sein. Ein Ja bedeutet, dass der Standort am Brandgelände favorisiert wird. Ein Nein bedeutet aber, dass der aktuelle Standort in Verbindung mit dem ehemaligen AOK-Grundstück favorisiert wird, auf dem laut Stadtratsbeschluss eine neue Stadthalle mit Bücherei, VHS und Gastronomie realisiert werden soll. Es wird auf jeden Fall eine Entscheidung für einen Standort geben. Abschließend möchte ich noch Informationen zu den Aufmessarbeiten des Wasserzweckverbandes Hallertau weitergeben. In vielen Gemeinden sind die Aufmessarbeiten der Grund- und Geschossflächen, sprich Befragungen, weitestgehend abgeschlossen. Aktuell laufen sie noch in Eigelsbach und Ortsteilen von Geisenfeld. Anschließend, vermutlich im August und September, werden die Haushalte im Gemeindegebiet Mainburg befragt. Es hat sich gezeigt, dass in den wenigsten Fällen das Gebäude betreten werden muss. Sollten sie aber mit einem Betreten ihres Gebäudes nicht einverstanden sein, können sie dies selbstverständlich verweigern. Die notwendigen Flächen werden dann geschätzt. Somit hat der Wasserzweckverband im Anschluss dann eine aktualisierte Datengrundlage, auf die die Werksleitung zukünftig aufbauen kann, damit die aktuellen und anstehenden dringend notwendigen Investitionen in Millionenhöhe detailliert umgelegt werden können. Nach Abschluss der Aufmessarbeiten kann dann die Höhe der Verbesserungsbeiträge berechnet werden. Ebenfalls wird gerade geprüft, inwieweit diese Beträge auf Wassergebühren und Beiträge aufgeteilt werden können. Eine Beschlussfassung darüber ist ja noch nicht erfolgt. Als Hinweis kann ich Ihnen geben, die nächste Verbandssitzung des Zweckverbandes findet im Oktober vermutlich in Auen der Hallertau statt. Interessierte sind dazu herzlich willkommen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, nun freuen wir uns auf einen ereignisreichen Spätsommer mit vielen Veranstaltungen. Bereits Ende September startet wieder unsere Theaterdonnerstag-Reihe mit aufstrebenden Kabarett-Künstlern. Tagestickets und Abos können bei der Verwaltung besorgt werden. Bereits am 17. September wartet unser Heimat- und Stadtmuseum mit seiner neuen Sonderausstellung Schulanfang auf. Schaut's vorbei, ein Besuch lohnt sich. Und vom 6. bis 9. Oktober findet wieder unser Gallimarkt mit der Hopfenfachmesse statt. Dazu lade ich Sie jetzt schon ein und wünsche angenehme Stunden und eine gute Zeit bei geselligem Miteinander. Die nächste Videobotschaft erscheint im Dezember. Macht's ist gut, euer Helmut Fichtner. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020